Schäfermann, das ist ein halber Labrador, die scheidet jetzt. Mal gucken, was da passiert. Seine Hälfte ist der Polakolli, ne? Oder Poli und dein Labrador? Ja, ja, ja. Ah, jetzt. Wo sie mehr vom Polakolli hatten? Glaub ich, für die und für die auch. Ja, hoffen wir direkt. Ja, die Hohen haben. Ja, die stehen. Sie gehen auf dem Polakolli? Ja. Ich glaube, sie haben mehr vom Polakolli gemacht. Ja, genau. Den reißen Fleck lassen. Ja, ja. Geht gut. Zwei haben die. Bei der Tränen gibt es nur zwei. Zwei ist schon super. Hat schon was. Sie können sich da miteinander beschäftigen, ne? Ja. Was ich auch immer beschäftigen. Ja, eben. Ja, das ist schnell nachweilig. Ja. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja, das ist gut. Ja, da gibt es so einen Gassi-Sack-Schuss. Ja, seit sie acht Wochen ist. Oder ganz jung. 10 11 Wochen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, da gibt es da. Sie ist ja auch als Züchter geborrert worden, aber sie war eher ein Zufall. Wie viele waren die? Fünf, glaube ich. Es waren drei, die waren zu schwarz-weiß gemischt und zwei ohne. Ja, aber ganz ruhig beim Schwarz-Bachfahren, gell? Ja, die ist nur viel anfühlt. Ich habe nur leider beiß Gott, ich habe vergessen, deswegen sind wir jetzt mit einem Kollegen gefahren, dann ist es weiter her. Wir wollen zusammen, wir gehen. Schützenstraße. Aus Schützenstraße. Normalerweise fahre ich nicht um weiß Gott. Ja, alles gut. Wir müssen mal wieder üben. Wir müssen mal wieder üben. Ja, die machen ja auch, ob das los ist. Wir müssen mal wieder üben. Aber sie hat von vorderrein den weiß Gott. Aber von vorderrein? Ja, eben, da geht es schon wieder. Macht da keinen Stress noch mal. Das ist seit heute die Linie, oder? Ja. Ja, cool. Super. Ja. Ja. Bleiben wir jetzt rum, oder gehen Sie dann noch weiter bis heute? Ja, das war wirklich geplant bis heute. Ja, eben. Das war ja dann zugehört. Vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren war ja schon. Besser ist noch nicht ganz vom Tisch, aber im Moment nichts. Ah, schon. Also ich glaube, nach Völz geht früher bis heute. Ah, okay. Ja, das ist klar. Ja, ja. Nach Völz haben dort Zeit umgeschrieben bis 20, 30 Stunden. Ah, okay. Ja, cool. Du siehst. Ja, ja, verstehe. Jo Kind ist jetzt doch einfach. Ja, ha ha ha. yeah, ja. Ja, ja. 에서